Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt noch einen neuen Blogpost bezüglich der Waffen, der Primär- und Sekundärwaffen, der Nahkampfwaffen für Black Ops 6, Launchcoms, Weapons Hot Intel. Diesen Blogpost werden wir jetzt durchgehen. Wird sehr interessant, weil wir hier die ganzen Waffen sehen werden. Ich glaube, er hält hier auch die ASVAL in der Hand. Falls ihr diese Waffe noch kennt aus Vedansk-Zeiten, die war ja wirklich geisteskrank. Die hatte auch nur irgendwie 25 Schuss im Magazin, war dafür aber wirklich sehr, sehr stark. Wir gehen den Blogpost jetzt durch. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video. Lasst am Ende gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und natürlich auch gerne ein Abo für mehr Call of Duty-Videos von mir in der Zukunft. So, wir gehen rein. Wir werden hier insgesamt 25 Primärwaffen in Black Ops 6 bekommen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Hier sehen wir die erste Waffe. Das ist die XM4, die wir auch schon in der Beta spielen konnten. Wir haben hier insgesamt sieben Sturmgewehre, sechs Maschinenpistolen, zwei Schrotflinten, drei LMGs, vier Scharfschützengewehre und nochmal drei Scharfschützengewehre. Also ich denke mal vier DMRs und drei Scharfschützengewehre oder sowas. Dann haben wir insgesamt sechs Secondary-Waffen. Hier sehen wir die 9mm-PM-Pistole. Ich weiß nicht, ob wir die schon in der Beta spielen konnten. Kann aber durchaus möglich sein. Hier unten sehen wir, was die Secondary-Waffen sind. Wir haben hier insgesamt vier Pistolen und zwei Träger-Raketen. Hier sehen wir dann noch die Nahkampfwaffen. Insgesamt wird es zwei Stück geben. Hier sehen wir das, Multiplayer und Zombies. Hier einfach ganz normales Knife, also ganz normales Messer. Und dann wird es noch einen Baseballschläger geben, was auch wirklich übelst cool ist. Kommen wir weiter hier zu den Leveln, beziehungsweise was man hier alles freischalten kann. Wir sehen hier, er ist Level 54, Level 51, 52, 53, 54 und Level 55. Mit Level 51 schalten wir hier wunderbar Gobblegum frei und BO6 Multiplayer Sleeper Agent Field Upgrade. Mit Level 52 haben wir hier die GPMG-7, das ist ein LMG und hier den Baseball. Dann haben wir mit Level 53 einmal die Combat Axe, also eine Axt, die wir dann werfen können, denke ich mal. Und wir haben hier das Bruiser Perk. Mit Level 54 haben wir hier Hidden Power Gobblegum und Drennode Scorestreak. Und hier, wie ich eben gerade auch richtig gesagt habe, die ASVRL, das Sturmgewehr, bekommen wir mit Level 55. Okay, und dann sind wir halt schon quasi fertig mit dem Leveln und dann können wir Prestige drücken. Wir haben hier das klassische Prestige-System wieder am Start und dann werden wir Prestige 1 sein. Alter, also ich freue mich wirklich extrem. Hier sehen wir, wann wir was freischalten. XM4 wird sofort freigeschaltet sein, was sehr nice ist. Mit Level 4 können wir ja dann unsere eigenen Klassen machen. Dann können wir direkt die XM4 reinpacken. Die AK-74 werden wir mit Level 10 freischalten. Die Amis 85 mit Level 19. GPR 91 mit Stufe 28. Modell L Stufe 40. Goblin Mk2 mit Stufe 46. ASVRL mit Stufe 55. Dann haben wir hier die Maschinenpistolen. Die C9 werden wir sofort freischalten. Das ist die MP5, die wir auch aus der Beta kennen. Dann sehen wir hier die KSV Stufe 7. Tanto 22, Stufe 16. PP 919. Oh, das hört sich cool an. Irgendwie hört sich die Waffe so ein bisschen an wie die PPSH. Vielleicht wird sie so ähnlich sein wie die PPSH, weil die Waffe war wirklich geisteskrank. Mit Stufe 37. Dann sehen wir hier die Schakal PDW. Mit Stufe 43. Die Kompakt 92 mit Stufe 49. Bei den Schrotflinten haben wir die Marine SP sofort freigeschaltet. Die ASG 89 mit Stufe 31. Und bei den LMGs haben wir hier die PU21 sofort freigeschaltet. mit XMG Stufe 13. GPMG 7 Stufe 52. Scharfschützengewehre SWAT 556 sofort. Zarkov 762 Stufe 22. AEK 973 Stufe 34. Und DM 10 Stufe 43. Scharfschützengewehre LW3A1 Frostlinie. Sofort freigeschaltet. Bin mal gespannt, was das für eine Waffe ist. SVD Stufe 25 und LR 762 Stufe 49. Dann Pistolen, Trägerraketen, Nahkampf und so weiter. Also Baseballschläger Stufe 52. So, dann wird hier irgendwas zu den Perks gesagt. Was die ganzen Perks machen, wie Gung-Ho, Scavenger, Bruiser, Tracker, Kaltblütig und so weiter. Fast Hands, Waffe schneller wechseln. Da will ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Wir schauen uns jetzt hier die ganzen Waffen an. Hier sehen wir einmal die XM4. Eine wirklich extrem gute Waffe. Die Waffe war in der Beta extrem gut und hat auch zu der Meta gezählt. Hat mir persönlich auch sehr gefallen. Und ich habe die Waffe einfach gefühlt. Weiter geht es mit der AK-74. So sieht die Waffe aus. Mit Level 10 können wir die freischalten. Boah, die sieht wirklich übertrieben nice aus. Und die hat mir auch in der Beta extrem gefallen. Boah, mit diesem Gürtel hier oder was auch immer. Mit diesem Band hier sieht es übertrieben geil aus. Als nächstes haben wir hier die Ames 85. Die Ames 85 habe ich gar nicht gezockt. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich ist. Mit Level 19 werden wir sie freischalten. Ist auch vollautomatisch. Bin mal gespannt, wie die sein wird. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Ames zu Cold War Zeiten. Kann das sein? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ich weiß aber gerade nicht ganz genau, wann wir diese Waffe in COD hatten. Als nächstes haben wir hier die GPR 91. So sieht das Sturmgewehr aus. Diese Waffe kommt mir auch super bekannt vor. Ich weiß gerade den Namen nicht. Aber so eine Waffe hatten wir, denke ich, auch mal in Cold War. Oder kann das sein? Also, falls ihr das wisst, schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare rein. Mit Stufe 28. Als nächstes die Modell L. So sieht die Waffe aus. Irgendwie olivgrün. Okay. Ist auch vollautomatisch mit Level 40. Feuert langsam, ist kontrollierbar, verursacht beachtlichen Schaden. Es glänzt bei kalkulierten Gefechten auf mittlere Distanz. Okay. Als nächstes haben wir hier Goblin MK2. So sieht die Waffe aus. Okay. Sieht auch irgendwie komplett crazy aus, wie ich finde. Mit Stufe 46 schalten wir die Waffe frei. Mach Größe nur 20. Ist auch ein halbautomatisches Sturmgewehr. Okay. Also, man muss triggern. Als nächstes haben wir hier die ASVAL. Das ist tatsächlich auch ein Sturmgewehr. Oh, Leute. Diese Waffe war so krass damals. Ja, Mach Größe 20, wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Vollautomatisches Sturmgewehr mit Level 55. Ich denke mal, diese Waffe wird komplett overpowered sein. Also, es lohnt sich, so schnell wie möglich Level 55 zu werden. Deswegen geht auf jeden Fall in die Läden bei euch rein. Und guckt nach Monster Energy Dosen, weil dadurch könnt ihr Doppel-EP bekommen. Durch die Codes auf den Dosen. So, kommen wir jetzt zu den SMGs. Es gibt sechs SMGs. Wir haben hier einmal die C9. Kennen wir ja auch schon aus der Beta. Extrem starke Waffe. Hat übel Bock gemacht. Habe ich mega gefühlt. Richtig, richtig nice. Als nächstes haben wir hier die KSV. Sieht irgendwie so ähnlich aus wie die AK-74U. Ja. Mach Größe 30. Vollautomatische Maschinenpistole. Mit Stufe 7 freigeschaltet. Als nächstes haben wir hier die Tanto 22, die auch sehr gut in Warzone war. Beziehungsweise, so sah es zumindest auf dem COD-Next-Event aus. Mach Größe 30. Ab Stufe 16 freigeschaltet. Dann haben wir hier die PP-919. Das ist tatsächlich die PPSH. Das ist tatsächlich die PPSH, Leute. So sieht die aus. Oder ne, die Bison, oder? Eins von beiden auf jeden Fall. Vollautomatische Maschinenpistole. Mit Stufe 37 freigeschaltet. Okay, sehr nice. Als nächstes haben wir hier die Jackal-PDW. So sieht die aus. Ja, die kennen wir auch schon aus der Beta. Stimmt, voll vergessen. Mit Stufe 43 werden wir die freischalten können. Und Mach Größe 30. Dann haben wir hier als nächstes die Kompakt 92. Oh, sieht auch irgendwie nice aus. Aber die ganzen Waffen sehen übelst geil aus, oder? Mit Stufe 49 vollautomatische Maschinenpistole. So, das war es mit den SMGs. Kommen wir jetzt zu den Schrotflinten. Hier haben wir einmal Marine SP. Okay, ganz normale Schrotflinte. Pump-Action-Schrotflinte. Sofort freigeschaltet. Dann haben wir hier die ASG 89. Das ist eine Schrotflinte. Sieht aus wie ein Sturmgewehr irgendwie. Freigeschaltet mit Stufe 31. Halbautomatische Schrotflinte. Kommen wir jetzt zu den LMGs. Hier haben wir einmal die PU21, die sofort freigeschaltet ist. Ich bin sowieso nicht so der Fan von LMGs. Vollautomatisches LMG. Okay, aber naja. Als nächstes haben wir hier die XMG. Okay, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Mac Größe 100. Freigeschaltet ab Stufe 13. Vollautomatisches leichtes Maschinengewehr. Dann haben wir hier als nächstes die GPMG 7. So sieht die aus. Okay. Sieht auch irgendwie crazy aus. Mac Größe 50. Freigeschaltet ab Stufe 52. Vollautomatisches leichtes Maschinengewehr. Als nächstes haben wir hier die Scharfschützengewehre. Hier haben wir einmal die SWAT 5.5.6. Das sieht aus wie ein Sturmgewehr irgendwie. Oder ein Kampfgewehr oder was auch immer. DMR mit Dreischusssalven. Ach so, die konnten wir auch schon in der Beta spielen. Stimmt. Die Dreischusswaffe in der Beta. Okay. Dann haben wir als nächstes die Zarkov 7.6.2. So sieht die aus. Halbautomatisches DMR. Freigeschaltet auf Stufe 22. Also man muss hier triggern. Als nächstes haben wir hier die AEK 973. Boah, die sieht cool aus. Irgendwie so wie eine moderne AK-47. Mac Größe 30. Freigeschaltet auf Spielerlevel 34. DMR mit Dreischusssalven. Also eine AK mit Dreischusssalven anscheinend. Okay. Dann haben wir als nächstes hier die DM-10. So sieht die aus. Also die sieht eher schon wie so eine Sniper aus. Halbautomatisches DMR. Freigeschaltet auf Stufe 43. So. Kommen wir jetzt zu den Snipern. Zu den richtigen Snipern. Da bin ich jetzt gespannt. Oh. Die LW3A1 Frostlinie. Beziehungsweise Frostline. Das ist die L96A1. Aus BO1. Oder nicht? Ach du heilige Makrele. Okay. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Oh mein Gott. Also diese Sniper wird glaube ich übertrieben krass sein. Oh. Da freue ich mich auch schon drauf. Mit sofort freigeschaltet. Sofort freigeschaltet. Sofort freigeschaltet. Okay. Das ist wirklich super, super nice. Als nächstes haben wir hier die SVD. Sieht aus wie die Dragunov irgendwie. Machgröße 10. Halbautomatisches Sniper. Okay. Als nächstes haben wir hier die LR762. Sieht auch aus wie eine stabile Sniper. Scharfschützengewehr mit Repetiermechanismus. Freigeschaltet auf Level 49. Also für mich ist das hier die beste Sniper. Weil das ist auch eine Bolt-Action-Sniper. Genauso wie die Sniper hier unten. Ich denke mal diese beiden Sniper werden übertrieben krass sein. Die hier und dieses Sniper hier. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Jetzt haben wir hier die Pistolen. 9mm PM. So sieht die aus. Dann haben wir hier die Grechova. Oder wie auch immer man die ausspricht. Sieht auch sehr clean aus. Dann haben wir hier die GS45. So sieht die aus. Stufe 28. Dann haben wir hier die Strider 22. Sieht aus wie eine vollautomatische Pistole. Ne, ist halbautomatisch. Stufe 40. Dann haben wir hier die Trigger-Raketen. Einmal Sigma-2B. So sieht die aus. Sofort freigeschaltet. Und dann haben wir hier die HE1. Die Bazooka. Freigeschaltet auf Stufe 19. Dann haben wir hier einmal das Messer. Das auch direkt freigeschaltet ist. Und den Baseballschläger mit Stufe 52. Okay. Dann kommen wir jetzt hier zu den Ausrüstungen. Zum Waffenschmied. Und zu den Aufsätzen im Multiplayer und im Zombie-Modus. So sieht das Ganze aus. So sieht unser Loadout aus. Primärwaffe, Sekundärwaffe und Messer haben wir immer dabei. Dann haben wir hier taktische Ausrüstung. Stim. Lethal-Ausrüstung. Also unsere ganz normale Ausrüstung wie Semtex und so weiter. Hier haben wir Combat Axe drin. Dann haben wir hier das Field-Upgrade. Trophy System. Hier die ganzen Perks. Drei Perks. Und wenn wir die ganzen Perks in derselben Farbe haben, bekommen wir noch ein Specialist-Perk sozusagen. Derselben Farbe. Und hier unten zu guter Letzt dann noch die Wild Card. Und hier auf der rechten Seite sehen wir den Zombie-Modus. Primärwaffe, unsere Nahkampfwaffe, Field-Upgrade, Tactical-Ausrüstung, Lethal-Ausrüstung und die Gobblegum-Packs, die wir haben. Okay. Gut. Hier sehen wir nochmal ein Bild. Klaus mit der Bazooka hier in der Hand. Hier sehen wir nochmal den Skistand, den ich euch aber auch schon gezeigt habe. Hier fliegen die ganzen Dummies rum. Hier können wir auch so eine Platte runterkommen lassen, um den Rückstoß nachvollziehen zu können und so weiter. Wird wirklich cool sein, denke ich mal. Also ich freue mich auf den Skistand. Dann haben wir hier Global Weapon Build. Dann sehen wir hier, was haben wir hier für eine Waffe? Die Armis 85. Hier haben wir so eine Demo. Also ein Bild einfach, wie man eine Waffe bauen kann mit den ganzen Aufsätzen. Optik, Muzzle, Barrel, Underbarrel, Magazine, Rear Grip, Stock, Laser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Aufsätze kannst du nur benutzen, wenn du eine entsprechende Wildcard drin hast. Ansonsten immer nur fünf Aufsätze. Hier sehen wir auch schon eine Tarnung, die hier drauf ist, die wir dann freischalten können, wenn das Game draußen ist. Ja, super, super nice. Dann sehen wir hier Büchsenmacher, also Waffenschmied. Hier ein Bild von einem Operator. Das Bild haben wir auch so noch nicht gesehen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aufsatztypen sehen wir dann hier. Die Armis 85 ohne Aufsätze. Hier können wir einfach sehr intuitiv die ganzen Aufsätze auswählen. Und hier sehen wir, was gibt es für Aufsätze. Bla, 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 bla. Also hier wird sehr viel erklärt. Das muss jetzt hier nicht durchgehen, denke ich mal. Fünf Aufsätze pro Waffe. Acht, wenn sie ein Revolverheld sind. Also mit Wildcard, habe ich ja eben gerade auch schon gesagt. Hier sehen wir acht Aufsätze auf der Armis. Hier sehen wir die verschiedenen Aufsätze. Aber ich werde sowieso auch Videos machen, Leute, was die besten Aufsätze für welche Waffen sind. Da könnt ihr auch auf jeden Fall schon mal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr direkt benachrichtigt werdet, wenn Black Ops 6 rauskommt. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich ein Video zu machen zu der Meta und zu den besten Aufsätzen, die man benutzen kann. Damit ihr direkt eine geile Waffe oder viele geile Waffen habt, die ihr so einfach nachbauen könnt von mir. Und hier sehen wir auch das Damage Profile. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier die XM4, wie wir sie gebaut haben. Und dann können wir uns hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Die Damage Distribution. Das heißt, wie viel Prozent an Schaden machen wir? Damage at Effective Range. Sieben Meter. Ich muss einmal ganz kurz hier größer machen. Hier sehen wir das Ganze. Wie viel Schaden auf den Kopf, auf den Nacken, auf die obere Brust, auf Hände, auf Bauch, auf Oberschenkel und auf Unterschenkel und so weiter und so fort. Hier sehen wir alles mögliche. Feuerrate. Wir sehen hier die Genauigkeit, die Mobility, das Handling und wie und in welcher Weise das hier sich unterscheidet zwischen verschiedenen Builds mit verschiedenen Aufsätzen und so weiter und so fort. Also das sieht wirklich super nice aus. Wir sehen hier die XM4, wurde hier verglichen mit der C9. Damage at Effective Range, also Damage bis sieben Meter ist natürlich die XM4 um 24 Prozent schlechter als die C9, weil die C9 ist eine Maschinenpistole. Und damit machst du natürlich bis sieben Meter deutlich mehr Schaden als die XM4, weil die XM4 ist eher für eine größere Range gedacht. Hier sehen wir das ganze Damage Beyond Range, also größer als 25,7 Meter. Hier ist die XM4 natürlich um sechs Prozent besser als die C9. Und dann kommt natürlich auch der Rückstoß hier dazu, den wir hier sehen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessant. Da kann man sehr coole Videos machen, damit ich euch das alles zeigen kann, was die besten Aufsätze sind. Hier sehen wir die verschiedenen Optics. So, 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 so. Zack, 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 zack. So, dann geht's weiter. Hier sehen wir die Maulkörbe steht hier. Also das sind einfach Schalldämpfer, die verschiedenen Schalldämpfer, die man, oder Mündungen, die man draufpacken kann. Dann sehen wir hier die verschiedenen Läufe, die man draufpacken kann. Dann sehen wir hier die verschiedenen Unterläufe, die man draufpacken kann. Dann sehen wir hier die verschiedenen Zeitschriften, die man draufpacken kann. Zeitschriften, Magazine, sollte das heißen, die man draufpacken kann hier auf der Ames. Dann sehen wir hier die Schäfte oder Schäfte ist, glaube ich, Plural von Schaft, oder? Hier L96, blablabla. Ja, dann sehen wir hier die Griffe. Dann sehen wir hier die, hier steht einfach Aktien, aber das sind wieder Schäfte oder Schafts oder wie auch immer. Laser. Dann sehen wir hier verschiedene Feuermodi haben wir ja. Rapid Fire, NATO Overpressure, Recoil Springs, NATO FMJ, WMR FMJ, Rapid Fire, Rapid Fire, Rapid Fire. Die verschiedenen Fire Mods für die verschiedenen Waffen. Hier, dann sehen wir hier die Polsterung und das war es jetzt auch mit dem Blogpost. Leute, ich bin gehypt. Ich freue mich auch auf Videos bezüglich der Meta für euch zu machen, weil das wirklich sehr, sehr geil sein wird. Da kann man sehr nice mit herumspielen. Hier seht ihr das Ganze. Das wird wirklich super, super nice werden. Ich freue mich auf Black Ops 6. Nicht vergessen, Leute, Montag beginnt der Preload auf allen Plattformen. Es kann sein, dass man schon morgen auf der Playstation preloaden kann. Haltet die Augen offen. Nächste Woche ist es soweit. Nächste Woche kommt Black Ops 6 raus, Leute. Wenn wir mehr Informationen zu Black Ops 6 haben, Leute, werde ich versuchen, so schnell wie möglich ein Video für euch zu machen. Ansonsten war es das jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream. Haut rein, Leute. Bis dahin. Und ciao.